Letztes Mal in The Last of Us Left Behind. Okay, 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 mach ich, mach ich was? Hä, was? Die Anwendung kann ich weiterverwälzen, will ich verarschen? Und jetzt wieder was vergessen wurde. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in The Last of Us Left Behind. Und damit fahren wir jetzt auch fort. Das letzte Mal hatten wir es nämlich nicht nur mit sehr, sehr vielen Gegnern zu tun, die mich ein paar Versuche gekostet haben, sondern auch mit einem Absturz. Das ist mir auf der Konsole noch nicht passiert. Ich habe das Game jetzt einfach mal neu installiert. Man kann ja die Speicherstände problemlos im Web hochladen oder wieder runterladen. Ich habe das Game einfach mal komplett neu installiert und habe es ausprobiert. Es funktioniert jetzt und deswegen schneide ich euch die Ladezeit weg und wir sehen uns dann an dem Tor, an dem das Game das letzte Mal verreckt ist, einfach wieder und dann geht es einfach weiter mit Left Behind. So, jetzt haben wir direkt hinter dem Tor. Ja, sie sind fast da. Wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Und zwar nehmen wir uns jetzt das Teil hier und fahren das da drunter. Kennen wir ja schon die Strategie. Oh, scheiße! Jetzt waren wir zu langsam oder was? Oder war das das Falsche? Weil das passt doch da gar nicht drunter. Oder waren wir zu langsam? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Na komm, jawohl. Passt, passt, passt. Komm rein. Okay. Diesmal hat es geklappt. Ja, weg hier. Schloss aufgeschossen. Ja, na klar. Los. Lauf, lauf, lauf. Ja, ja, bin da. Okay. Ah, scheiße, 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 scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dreh mal eben den Kopf runter hier. Oh, scheiße. Und drauf da. Sehr gut. Das hat gereicht, ja. Auf jeden Fall. Ist das so, ja? Ja, 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 dann ab nach rechts. Bin doch schon dabei. Was glaubst du, was ich hier tue? Ah, fuck. Ah, shit. Mist. Wie ist denn das jetzt passiert? Wieso bin ich denn da jetzt nicht drüber gesprungen? Lauf, lauf, lauf. Ja, 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 bin ja dabei, bin ja dabei. Okay, da runter, los, hopp. Genau, klappt doch. Okay, zack. Ah, los, zieh dich hoch. Alter. 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 Ja, auf geht's. Das schaffen wir schon noch irgendwie. Oh. Es wird knapp, aber es dürfte klappen. Kalf hoch, ich helfe dir. Oh. Shit. War das geplant? Oh, fuck. Komm, 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 komm. Nimm ihn auseinander. Komm. Oh. Oh, du hättest nicht zurückkommen sollen, Mädchen. Scheiße. Los, drauf hier. Okay. Okay, okay. Woah. Ich glaube, das war's. Das war knapp. Elli. Elli, dein Arm. Und so ist es passiert. Nein. Nein, 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 nein. Ah, sie auch. So ist es passiert. Und wir sind zurück bei Joel. Oh Gott. Bist du sicher? Ah, ich weiß ja nicht. Oh shit. Bleibt das jetzt eine Katze in oder müssen wir das selber machen? Was? Scheiße. Okay, wir wechseln jetzt ziemlich oft die Zeitlinie. Wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Oh je. Zwei. Ja. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft drauf gehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob zwei Minuten oder zwei Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Wie romantisch, ja. Uh. Und Nummer drei? Sorry. Nummer drei gibt's nicht. Komm. Verschwinden wir hier. Und wohin in eurem Zustand? Okay, das war's. Das ist dann wohl eine kurze letzte Folge. Aha. Okay. Ja. Damit haben wir auch Left Behind abgeschlossen. Und haben gesehen, was in Ellys Vergangenheit passiert ist. So wie gesehen, wie sie Joel versorgt hat. Und. Tja, das war mal wieder nicht ohne, ne. Aber insgesamt haben wir jetzt nochmal ein bisschen besseren Einblick. Und am Freitag geht's los mit The Last of Us Part 2. Ich hoffe, ich werde den Datenträger rechtzeitig im Briefkasten haben. Gehe aber stark davon aus. Also auf meinen Shop kann man sich eigentlich verlassen. Da hatte ich bisher keine Probleme. Hab da auch Persona zwei Tage vorher bekommen. Und. Ja. Wir sehen mal. Wie die Geschichte einige Jahre später dann weitergeht. Und. Tja. An der Stelle lasse ich euch dann jetzt wieder mit den Credits alleine. Wünsche euch. Bis zum Start von Part 2. Eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und aus diesem großartigen ersten Teil, der mir noch lange in Erinnerung bleiben wird, bin ich jetzt erstmal raus hier. Bis dahin. Haut rein. Musik 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 Musik